Jetzt singe ich ein Lied vom Rausch. Ein klassisches Lied. Nein, das kann man nicht sagen, aber das Bier ist schon sehr alt. Also nicht das Bier, das habe ich frühstellt. Ich meine, das Bier an sich ist schon sehr alt. Früher haben sie gesagt, die Mönche hätten das erfunden. Und seit der Zeit gibt es das Bier, aber das ist noch viel älter, weil die alten Ägypter auch schon Bier gebraut haben. Die haben extra so einen riesen Bierkeller gebaut, die Pyramiden. Aber fest steht, dass wenn einer das Bier gern trinkt, dass er also gern in der Nähe vom Bier wohnt, der wohnt dann, wenn die Biere nähen. Das ist auch schon. Ich singe jetzt das Lied vom Rausch. Ich meine, es gibt ja Leute, die zahlen das Bier gleich bar. Das sind die Barbierinnen. Auf Raten zahlen es auch manche. Das sind die Piraten. Das fällt mir nichts mehr ein. Ich singe jetzt ein ganz einfach lustiges Lied. Von einem Mann, der hat einen Rausch gehabt. Das war also ein ganzer Mann, war das gar nicht. Der war ungefähr so groß. Also kein sowas auch, mein Eger. Der war schon ein bisschen größer, aber der war deswegen so klein, weil er so weich in die Knie war. Der hat so elastische Beine gehabt. Und das hat er seinem Zustand verdankt. Wenn nämlich einer so viel Bier trinkt, dass er gar nicht mehr gerade stehen kann, er ist ein Bürokrat. Er ist ein Bürokrat. Er ist ein Bürokrat. Er ist ein Bürokrat.